Hallo, hier ist der Martin Fürth, meine Mann Kies, das DAX-Analyse für nun Dienstag, den 19.09.2023 und unser DAX ist ein gutes Stück die Rutsche wieder runtergerutscht, hat auch gut Spaß dabei gehabt, auch wenn es hinten raus ein bisschen ruhiger wurde. Ich denke, es war ganz gut, dass wir gestern auch noch mal ausführlicher darüber gesprochen haben, wie arbeite ich mit einer solchen Analyse wie das, was wir hier erstellen, eben dass man nicht früh sagt, okay, ich gehe jetzt lang, weil der Martin sagt, es steigt oder ich gehe short, sondern dass man wirklich erst mal guckt, wie kommt der Markt rein und wir haben klar gesagt, wenn er Stärke nach oben zeigt, wenn er anfängt zu drücken, zu schieben und hier auf grüne Kerzen hochdreht, dass er dann eben wieder neue Hochs hätte erreichen können. Das hat er aber nicht getan, damit war das raus und die andere Variante, die wir besprochen haben, war, er drückt sich einfach runter, spielt den Hammer im Tagesshot aus, also das ist ein Hammer auf dem Kopf, das heißt ein Wirtethammer nennt man es dann. Wir haben gesagt, wenn er die Tageskerze ausspielt hier vom oberen Band weg, dass er sich darunter dann insbesondere auch unter 830 und 800 eher Richtung den ganzen alten Marken wieder orientieren wird, ja, wir haben gesagt, 760, 700, 670, 600, bis dann sogar letztendlich 550 wieder, da liegt nun fast auch schon die 200-Tage-Linie an und hier jetzt 535, das wird wohl bald ein schönes Match geben hier auf die 550, aber sollte sich noch nie zu früh freuen, das kennen wir ja oft genug. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal nochmal ein interessantes Niveau erreicht, die 700, warte, ich muss mal kurz niesen, ich drücke mal auf Pause, so, da ist er wieder, frisch abgenießt, 15700 ist jetzt hier erstmal ein attraktives Niveau, ist eine gern gespielte Marke aus den letzten Tagen, die kennen wir alle, das hat oft genug gezuckt, das ist vollkommen okay. Solltet ihr von hier natürlich jetzt aufdrehen, sollte man diese Freitagstiefs ein bisschen im Hinterkopf behalten, also eine 850 wäre jetzt von hier aus gar nicht mal so ungewöhnlich, selbst im negativen Szenario, also ihr könnt jetzt 850 anspielen und von dort dann auch weiter fallen, das wäre gar nicht dramatisch, das heißt, wenn er Dienstag schön schiebt, ist eine 850 drin und anschließend sogar machen wir ein neues Tief, guckt aber ganz genau hin, wie er sich macht, wenn er jetzt bloß einen Aufwärtsgap macht und er stellt sich hier an eine 760 und spielt dort schon wieder Totemann, lässt sich nach unten fallen, ist auch von dort ein neues Tief erreichbar, ich würde aber trotzdem denken, dass wir aus dem Bereich hier durchaus Potenzial haben, erstmal wieder auszubremsen, eine Gegenbewegung einzuleiten und jetzt müssen wir halt gucken, wie stark ist die Gegenbewegung. Also auch ein Szenario, ein mögliches Szenario, was auf einem Dienstag jetzt hier gut passen würde, wäre Aufwärtsgap 67, einmal runter 670 noch bedienen, dann haben wir wieder 2 Mark abgearbeitet aus unserem Potpourri, ne wie sagt man, ja ihr wisst was ich meine, 670 einmal runter, dann schön in die Mittagserholung rein und dann müsste sich zeigen, ob er am Nachmittag eben nochmal neue Tiefs stellt, wenn ja, dann ist ja nach unten vollkommen alles offenbar richtig eskalieren und sogar die 55 so anpeilen zum Dienstag oder er hält das Vormittagstiefs und lässt es dann dabei, aber man muss schon sagen, 55, das ist nicht weit von hier entfernt, das könnte sogar auch an einem Dienstagvormittag schon erreichen, also das muss man auch klar sagen, aber was man eben auch oft auf die Situation eben sieht, das ist ein kleines Aufwärtsgap, das ist manchmal ein bisschen ungewöhnlicher, denken immer alle, boah, Freitagssprach, Montagssprach, warum erzählt er jetzt was von Aufwärtsgap, wo soll denn das herkommen und dann kommt Stopper und das ist ganz oft zu sehen, ja, also da ein bisschen aufpassen, noch nicht irritieren lassen, nur von dem Gap, ja, das dient oft auch dazu, die Leute zu früh schon in die falsche Richtung zu locken und dann haut er trotzdem nochmal runter, ja, da passt ein bisschen auf, also eine 670 könnte ich mir vorstellen, dass wir spielen, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir eine 67 sehen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir beides sehen werden am Dienstag, ja, und daher guckt ein bisschen schön auf die Marken und unter 670, muss man klar sagen, dann ist die nächste 600 und dann 550, da gibt es gar nicht zu viel zu diskutieren, gar nicht zu viel zu besprechen, oben ist es auch relativ einfach, wir haben die 67, dann haben wir hier oben, ja, dann ist es schon, dann ist es schon 850, 830, 850, das dann oben raus, die nächste Anlaufstation und alles, was dann über Montag drüber geht, dann wäre die Wochenkerze wieder im Positiven, also über 880, über 885, kriegt er deutlich positiven 3 raus und könnte auch, sagen wir, wenn er es jetzt bei dem Tief belässt und komplett nach oben durchschrubbt, dann wieder neue Hochs anzustreben, ja, dann würde er versuchen, die Welle nochmal von dem Tief nach oben zu replizieren, dann kommen wir auch bis 16,21, ja, denkt dran, geht hier nicht in der Analyse darum zu sagen, ob es morgen steigt oder fällt, sondern einfach, damit ihr hier an dem Tag, wie geht es da, ein bestes Beispiel, einfach ein bisschen einordnen könnt, wie bewegt er sich, wenn er, wenn er früh, wenn er, wenn er, wenn er bestimmte Dinge abspielt, ähm, womit muss ich rechnen, wie muss ich mich weiter verhalten, wo sollte ich vielleicht eine Position glattstellen, wo soll ich, kann ich vielleicht eine neue aufmachen, darum geht es, ne, es geht nicht darum zu bestimmen, ob es morgen regnet, stürmt oder schneit, ich bin noch kein Hellseher, ich bin kein Gott, das weiß ich auch nicht, aber wir können eben so eine Punkte, wie auch die 15.700, die wir gestern genannt haben, als Bewegungsziel, wenn das hier unten reißt, sowas, das kannst du mit Charttechnik halt machen, ja, und damit lässt sich Geld verdienen, ja, hier drauf zu spekulieren, ob es morgen steigt oder fällt, ja, damit verdienen manche vielleicht auch Geld, aber das klappt dann am Strich wahrscheinlich eher Richtung 50% dann, ja, gut, Freunde, das dazu, ansonsten, ja, jetzt bin ich soweit durch, ich habe auch, ähm, guten Schwung an, ich glaube, ich habe alles an Seminarsachen, ähm, durchgekriegt, das heißt, jeder hat nochmal eine Ebay gekriegt, auch, ähm, die, wo ich noch auf den Zahlungseingang warte, habe ich nochmal was hingeschickt, außer jetzt, die jetzt die letzten zwei, drei Tage erst Bescheid gegeben haben, ähm, ich mache dann jetzt heute Abend die Info fertig an die, die, wo schon alles fertig ist, und die kriegen dann schon von mir, mal gucken, ob ich heute schon reinpacke, aber den Link, die ersten, ähm, Sachen nochmal, die ersten Instruktionen, was dann zu beachten ist für das Seminar am Wochenende, ähm, ja, und ansonsten gibt es nicht zu sagen, ich bin fit, bin heute die ersten Meter schon mit Krücken gelaufen, natürlich nicht eigenwillig, weil ich es übertreiben wollte, sondern, dass die Physiotherapeutin gefordert hat und auch aktiv so sehen wollte, und dann darf ich jetzt üben, das heißt, bei mir geht es hier steil bergauf, steil vorwärts, mal gucken, vielleicht sogar ein paar Tage schon den Rollstuhl mal komplett stehen lassen, einen Tag, aber ich mache das so, wie die Ärzte das machen, ich übertreibe das nicht, keine Angst, ja, sagen immer viele, Martin, mach langsam, mach langsam, aber ich muss, wenn es heißt, ich soll das üben, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, Entschuldigung, lieber Physiotherapeut, meine Familie sagt, ich soll langsam machen, das geht nicht, ja, muss schon, wenn gesagt wird, Martin, mach deine Übung, dann mache ich das auch, und ich denke, ich bin hier auf einem guten Weg, und dann können wir schon bald drüber lachen, oder vielleicht auch nicht, aber ich denke, ich bin ganz gut davon gekommen, mit dem, was da passiert ist, und, ja, tut mir leid für alle, die da durch meinen Unfall irgendwie ein bisschen, ja, sich was verbaut haben, ja, ich habe auch eine, die beim Seminar jetzt dann sich doch andersweitig was organisiert haben, weil sie einfach auch sieben Tage, von denen wir keine Rückmeldung gekriegt haben, das ging leider nicht anders, ist dann blöd gelaufen, gibt aber auch das Seminar als Aufzeichnung, ja, wer da gleich der erste sein möchte, der es mitbekommen, der kann sich gleich melden, dann können wir es direkt fertig machen, ansonsten kriegen wir die im Shop, kostet aber genauso viel wie das Seminar, als live zu buchen, also, wer sagt, der weiß noch nicht, ob er es pünktlich schafft, oder dann doch die Aufzeichnung guckt, der kann auch durchaus jetzt schon sich reinbuchen, und macht preislich keinen Unterschied, ob es live dabei seid, oder euch hinterher die Aufzeichnung anguckt, Aufzeichnung könnt ihr euch angucken, so oft ihr wollt, das ist dann auch völlig egal, ja, und, Punkt, Ende, aus, ich mache zu, wünsche euch Spaß, wir haben uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.